Ihr seid Fans von Krimis, Theaterstücken und einfach gut erzählten Geschichten? Dann könnte The Invisible Hours genau das richtige Spiel für euch sein. Wenn ich auf meinem Kanal ein Review von einem Spiel veröffentliche, das schon fünfeinhalb Jahre alt ist, dann ist das schon irgendwie was besonderes. Also warum eigentlich? Nun ja, zum einen mag ich das Spiel persönlich wahnsinnig gerne und es ist eines meiner liebsten PC VR Spiele bis heute. Zum anderen kann ich mir jetzt, wo die Meta Quest 3 vorgestellt wurde und eigentlich schon um die Ecke ist, zumindest vorstellen, dass mit ein bisschen Glück nochmal ein Standalone-Fort rauskommen könnte und damit noch mehr Spieler in den Genuss dieses genialen Titels kommen könnten. Bevor wir jetzt aber richtig ins Video einsteigen noch eines vorweg, bevor ich das hinterher wieder vergesse. Wenn ihr Lust habt, dass ich dieses Spiel mal in einem Livestream anzocke und euch zeige, schreibt es einfach mal in die Kommentare, dann gucke ich, wie ich das einrichten kann. Aber was ist denn nun The Invisible Hours? Im Kern handelt es sich um tatsächlich ein Theaterstück, bei dem ihr einen für die Schauspieler unsichtbaren Zuschauer spielt. Ihr habt absolut keine Möglichkeiten, mit den Schauspielern zu interagieren und auch mit der Umgebung gibt es keine oder wenige Möglichkeiten zu interagieren. Maximal ist es euch erlaubt, euch Gegenstände in eurer Nähe genauer anzuschauen. Eure Aufgabe ist es, euch einen Reim aus dem Mord an niemand geringerem als den berühmten Nikola Tesla zu bilden. Zu den Verdächtigen gehören unter anderem der nicht minder berühmte Erfinder Thomas Edison, ein zuvor bereits verurteilter Mörder, ein ehemaliges Hausmädchen von Nikola Tesla und noch einige andere. Alle sieben Hauptpersonen wurden von Nikola Tesla auf seine Insel eingeladen. Dauert nicht lange, bis ihr herausfindet, dass Tesla scheinbar gegen jeden von ihnen etwas in der Hand hatte, um sie dazu zu bewegen, auf die Insel zu kommen. Und gleichzeitig scheint jeder der sieben Hauptpersonen einen Groll gegen Tesla zu hegen. Doch nichts ist so, wie es scheint und ihr findet schnell heraus, dass die Geschichten der Charaktere deutlich komplexer und vielschichtiger sind als zu nichts angenommen. Es gibt unzählige Motive und unzählige Rätsel, die es zu lösen gilt. Aus welchen Gründen hat Tesla all diese Leute überhaupt eingeladen und wie stehen die Personen zu Tesla? Welche Beziehungen haben sie untereinander? All das können wir herausfinden, indem wir aufmerksam sind, Menschen lauschen oder ihnen folgen. Im ganzen Haus sind Hinweise versteckt, die wir uns anschauen können. So können wir Seite für Seite Nikola Teslas Tagebuch finden oder Zeitungsberichte über die von Tesla eingeladenen Gäste, Fotos, die uns mehr über die Vergangenheit berichten und Puzzleteile für das große Ganze bilden. Der besondere Twist des Spiels ist aber, dass ihr als Zuschauer die Macht habt, euch auf der Bühne des Theaterstückes frei zu bewegen. Ihr könnt während der ganzen Spielzeit sein, wo ihr wollt. Zur gleichen Zeit passieren an unterschiedlichen Stellen unterschiedliche Dinge. Um nichts davon zu verpassen, könnt ihr jederzeit die Zeit umkehren oder vorspulen. Natürlich hat die Fähigkeit auch ihre Grenzen. Wir können zum Beispiel nicht bis zum Zeitpunkt des Mordes an Tesla zurückspulen. Das wäre ja auch irgendwie zu einfach. Hier wird gerade der tote Tesla entdeckt, woraufhin alle im Haus anwesenden Gäste durch den blinden Butler hergerufen werden. Nachdem jedoch draußen vor dem Haus ein mysteriöser Mann aufgetaucht ist und bei seiner Entdeckung sofort die Flucht ergreift, schnappt sich Herr Gustav die Pistole und verfolgt diesen. Als beide zurück ins Haus kommen, ist plötzlich Mr. Wanderberg verschwunden. Das ist die perfekte Möglichkeit, um die Zeit zurückzuspulen, um zu schauen, was in der Zeit passiert ist und wo Herr Wanderberg hingegangen ist. Folgen wir nun Herrn Wanderberg, können wir seinen Monologen lauschen. Er wirkt deutlich aufgebracht und greift, zurück in seinem Zimmer, sofort zur Weinflasche. Doch was ist das? Laut Danum. Eine Opiumtinktur, die noch bis ins frühe 20. Jahrhundert beinahe als Allheilmittel angepriesen wurde, aber auch gerne als Droge missbraucht wurde. Bei Überdose sie jedoch auch zum Tod führen kann. Was hat er mit der Flasche vor? Ist er selber abhängig oder krank? Oder ist er unser erster Tatverdächtiger? Aber welches Motiv hätte er? Dann wäre da aber auch noch Thomas Edison, der begnadete Erfinder. Im Haus können wir einen Brief von Tesla an Edison finden, in dem Tesla ihm vorwirft, dass Edison eine seiner Erfindungen nur geklaut haben soll und sich der eigentliche Erfinder daher das Leben genommen haben soll. Tesla erpresst ihn, auf die Insel zu kommen, da er dieses Geheimnis sonst mit der Welt heilen werde. Edison hätte also definitiv ein Motiv. Das Spiel nimmt euch zu keiner Zeit an die Hand und es wird nichts von alleine aufgelöst. Selbst wenn ihr das Spiel durchspielt, gibt es keine Auflösung. Die Lösung müsst ihr für euch selbst erarbeiten. Das ist für mich eines der besten Konzepte eines Murder-Mystery-Spiels. Das Theaterstück an sich läuft knappe eineinhalb Stunden. Wenn ihr aber herausfinden wollt, was wirklich passiert ist, müsst ihr das Stück aus verschiedenen Perspektiven sehen. Die Spielzeit potenziert sich dadurch also. Besonders hervorzuheben ist die grandiose deutsche Vertonung. Selbst die Zeitungsberichte, Tagebucheinträge und anderen Texte, die ihr findet, werden auf Knopfdruck vorgelesen. Das verleiht dem ganzen Spiel zusätzliche Atmosphäre. Natürlich merkt man im Spiel aber auch an, dass es etwas in die Jahre gekommen ist. Die Grafik insgesamt ist zwar immer noch gut, aber kein Vergleich mehr mit aktuellen Titeln. Auch die Komforteinstellungen sind stark begrenzt. Es gibt keine Möglichkeit, sich frei zu bewegen. Es gibt nur eine Teleport-Funktion. Auch freies Drehen ist leider nicht möglich, was ich durchaus vermisse. Die Musik allerdings ist zeitlos gut und passt immer wunderbar zur Szene. Wie zuvor schon gesagt, ist The Invisible Hours eines meiner Lieblings-VR-Spiele. Und das hat sich seit dem Release nicht geändert. Das Konzept ist einfach grandios. Man muss seinen Krips wirklich anstrengen, um herauszufinden, was passiert ist. Aber vor allem ist es ein grandios inszeniertes Theaterstück. Ich hoffe tatsächlich, dass es vielleicht noch einen Quest-3-Port geben könnte, auch wenn nichts dergleichen bisher angekündigt ist. Aber wie sieht es bei euch aus? Habt ihr es schon gespielt? Und falls ja, wie fandet ihr es? Und an alle anderen, die es noch nicht gespielt haben, gebt dem Spiel trotz des Alters doch nochmal eine Chance. Es lohnt sich definitiv. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir doch noch einen Daumen nach oben oder ein Abo. Das hilft mir wahnsinnig. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder ihr mir einfach irgendwas mitteilen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare. Und nochmal eine kleine Erinnerung, wenn ihr möchtet, dass ich das Spiel mal im Livestream spiele, damit ihr euch das mal anschauen könnt, schreibt es in die Kommentare. Dann machen wir das demnächst. Bis zum nächsten Video. Ciao.